Hallo Freunde, kurzer Film-Bus, kurzer Video, meine Freunde, nach dem Ferrari für 400.000 Dollar kauft sich Ufo einfach ein Porsche Turbo S, man, für 200.000 Euro. Ufo, halt mal, muss man die Bremsen anhalten hier. Okay, wir wissen, es ist Weihnachten und so, man kann sich gönnen. Aber bald hast du mehr Autos als Garage, man, was ist denn los bei dir? Okay, für den Flex kann man gerne machen, keine Frage. Rapper, man hat geile Klamotten, eine geile Rolli, eine geile Königskette am Start und natürlich ein geiles Auto, keine Frage. Aber man muss doch irgendwie auch mal im Limit bleiben, verdammt nochmal. Irgendwann sagt die American Express Karte auch mal, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Limit ist überschritten. Oder hast du die endlose, die endlose American Express Black Cat oder was? Oder, ich weiß ja nicht. Okay, es ist deine, mach was du willst. Ich will dir ja nur einen Tipp geben, gib ein bisschen was für die Familie und so. Kauf dir ein Datalar vielleicht, äh, keine Ahnung. Einen teuren Louis Vuitton Orangensaft oder, keine Ahnung, von Gucci oder so. Gönn ihm auch mal was. Okay, meine Freunde, es war's, wie du von Nullern. Bruss. Abonnieren, liken, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.